Hallo, hallo mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen bei strahlendem Wetter zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute würde ich gerne einmal passend zu meiner neuen Verschleierung, die ich ja ein paar Tage schon vollziehe, würde ich gerne mit euch darüber reden, was denn damals meine Eltern dazu gesagt haben, als ich mich verschleiert hatte oder habe. Denn auch damals, als ich noch Kontakt zu ihnen hatte, habe ich schon mein Kopftuch getragen und habe mich total anders gekleidet, als ich es als junges Mädchen gemacht habe. Und das hat sowohl, guck mal, das Kopftuch zurechtrücken, das ist immer so jetzt, früher habe ich mir die Haare zurechtgerückt und jetzt rücke ich mir das Kopftuch zurecht. Denn auch damals haben sowohl meine Mutter und auch mein Vater, zu dem ich ja Kontakt aufgenommen hatte, nachdem ich meinen Mann kennengelernt hatte und ich zu Hause mit meiner Mutter deutliche Schwierigkeiten bekommen hatte, beide haben die Verschleierung gesehen und mit beiden war ich auch so in Kontakt. Und wie die darauf reagiert haben und wie sie es angenommen haben, versuche ich ein bisschen in Erinnerung zu bringen und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Also ich muss sagen, dass ich keinerlei negative Erinnerungen an diese Zeit habe bezüglich meiner Verschleierung. Fangen wir erst mit meiner Mama an. Ich war ja damals schon ausgezogen. Ich hatte euch erzählt, ich bin einmal abgehauen mit 15 zu meinem Mann nach Hause und wurde dann auch von der Polizei wieder zurückgebracht nach Hause. Das hatte ich schon mal erzählt, so nach einer Woche ungefähr. Und da habe ich tatsächlich meine Verschleierung noch nicht gehabt. Die habe ich erst angefangen, als ich schon von zu Hause ausgezogen bin. Ich meine, ich bin mit 16,5 ausgezogen, 17. Vielleicht war ich gerade 17. Ich erinnere mich nicht mal ganz genau. Aber nachdem ich von zu Hause ausgezogen bin und meinem Mann in eine kleine Wohnung in Hamburg Winterhude gezogen bin. Die Hamburger unter euch kennen das bestimmt. Direkt am Winterhuder Marktplatz haben wir gewohnt. Und dort habe ich quasi mein Glaubensbekenntnis gesprochen und bin zum Islam übergetreten und habe auch sofort begonnen, mich zu verschleiern. Das ist für mich konsequent gewesen. Ich bin schon immer ein sehr konsequenter Mensch gewesen, schon in meiner Jugend und auch in meiner Kindheit. Also wenn ich irgendetwas beschlossen habe, dann habe ich das so schnell wie möglich und mit meinem ganzen Enthusiasmus und mit meiner Energie und mit meiner Zeit und auch mit den Konsequenzen getan, die ich da dann zu erwarten hatte. Also wenn ich mich dazu entschlossen habe, zum Islam überzutreten, ist es für mich als junges Mädchen konsequent gewesen, auf die Verschleierung anzuziehen. Und das habe ich ziemlich schnell gemacht. Ich bin damals noch zur Schule gegangen. Ich hatte das schon erzählt und auch meine Mutter hatte noch Kontakt mit mir. Das hat dann aber nicht mehr lange gedauert. Also das muss ein paar Wochen, paar Monate nach dem Beginn meiner Verschleierung gewesen sein, dass sie gesagt hat, sie möchte den Kontakt mit mir nicht haben. Das nicht mehr. Sie kann es nicht mehr ertragen. Es ist für sie einfacher, keinen Kontakt mehr zu haben, als zu wissen, ich weiß nicht genau warum und ich möchte hier auch keine schmutzige Wäsche waschen. Aber das ist sozusagen Stand der Dinge gewesen. Und gesagt hat sie nie viel. Sie hat immer ihre Befürchtungen gehabt, natürlich. Man hat damals vor 40 Jahren ja auch schon eine Menge gehört, was mit Frauen passiert, die eventuell dann in diesen Gebieten verschwinden und nie wiederkommen. Das ist sicherlich auch ein paar Mal passiert, aber davon habe ich mich nie beeindrucken lassen. Sie hat mich gewarnt, sie hat nie irgendwelche Konsequenzen sozusagen mir angedroht oder sie hat auch nicht versucht mich dazu zu zwingen, das Kopftuch abzureißen oder abzunehmen. Sie hat mich immer versucht aufzuklären und die Konsequenzen auch, Konsequenz ist dieses Lieblingswort in diesem Video, mir aufzuzeigen. Aber sie hat, soweit ich mich erinnere, das ist ja jetzt ewig her, ich muss wie gesagt 16, 17 gewesen sein und wie alt bin ich jetzt? 56, kann man sich ausrechnen, wie lange das her ist. Ich habe mich jedenfalls an keine negativen Beschimpfungen oder ähnliches erinnert. Klar, wir haben uns manchmal gestritten, das ging aber nicht so sehr um die Verschleierung, sondern eher darum, dass man versucht hat, mich von diesem Mann verfern zu halten und zu sagen, okay, das möchten wir alles nicht und ähnliches, aber die Verschleierung an sich war eigentlich nie Thema und war nie so richtig der Grund dafür, auch für die Trennung. Ich glaube nicht, dass das der Grund war. Es ist einfach, ich denke, dass sie mit der ganzen Situation überfordert war und es für sie einfacher ist, einfach das alles nicht zu sehen. Sie leidet und die Trennung von mir ist ihr mit Sicherheit schwer gefallen, aber für sie, glaube ich, war das einfacher, dann den Kontakt abzubrechen, als ständig das mitzuerleben zu müssen, was sie wahrscheinlich für sie sehr schwer war, ja, zu sehen. Und nein. Also klar, wie gesagt, ich wurde aufgeklärt, ich wurde auch immer wieder darauf hingewiesen und sie fanden es sicherlich auch nicht gut und richtig, aber ich war ja damals schon ausgezogen und ich denke auch, dass sie da langsam schon die Idee entwickelt hat, eine Trennung dann auch zu vollziehen. Nein. Und dann hatte ich ja den Kontakt zu meinem Vater wieder aufgenommen, war 15, 16 war ich, glaube ich, und später habe ich ja dann auch die Verschleierung vorgenommen, nachdem ich von zu Hause ausgezogen bin. Da hatte ich schon Kontakt zu meinem Vater, hat also beides gesehen, die nicht verschleierte Wolfsmama und dann den Schleier. Auch er hat das nie zum Thema gemacht, ja, jedenfalls erinnere ich mich nicht daran. Er hat auch, wie meine Mutter, versucht, mich aufzuklären. Ich glaube aber auch, dass beide wussten, dass ich mir nichts sagen lasse. Ja, ich war so sehr in meinen Mann verliebt und wir waren so eng und nichts und niemand hätte uns auseinander bringen können. Ihr müsst ja wissen, mein Mann ist sieben Jahre älter als ich. Er war natürlich schon sehr reif, ja, im Gegensatz zu mir. Und insofern, wir haben auf unsere Liebe bestanden, auf unsere Partnerschaft bestanden und hätten uns niemals von irgendjemandem beeinflusst. Also ich glaube, das wussten beide und haben da deswegen wegen der Verschleierung nie ein großes Thema draus gemacht. Und mein Vater eigentlich gar nicht. Also ich erinnere mich wirklich nicht, dass er da jemals gesagt hätte, ich soll das nicht machen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass die Trennung von meinem Vater wieder, ja, auch nicht so lange gedauert hat. Also wir haben uns nicht so sehr dann aneinander binden können, dass eine längere Beziehung hätte stattfinden können unsererseits, weil Dinge passiert sind, die sehr schnell in mir Alarmglocken haben läuten lassen. Und ihr müsst wissen, ich habe die Trennung von meinem Vater vollzogen. Da war ich drei oder vier oder fünf vielleicht oder sechs. Ich weiß nicht, wie alt ich, nee, drei, vier nicht. Aber fünf, sechs? Ich war in der Schule noch nicht. Nee, ich war im Kindergarten. Da habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr zu meinem Vater. Also ich kann noch keine sechs gewesen sein oder vielleicht gerade sechs. Und seitdem habe ich meinen Vater nicht gesehen. Ich habe nicht mit ihm geschrieben, nicht mit ihm telefoniert, ihn nicht mehr gesehen. Und er ist dann in der Pubertät wieder. Und da war noch keine Bindung zwischen uns. Ja, natürlich, Blut ist sehr dick, ja. Und natürlich hat man eine innere Bindung zu ihm, aber keine, wo man sagt, da hatte man eine Beziehung über viele Jahre aufgebaut. Und er hat das nicht wirklich, also ich erinnere mich nicht, dass er jemals das Kopftuch und die Verschleierung in Angriff genommen hat, sondern er hat da versucht, auf andere Dinge einzugehen, die seiner Meinung nach nicht in Ordnung waren. Und das hat dann letztendlich auch zur Trennung wieder geführt. Wir haben die Trennung eingeleitet. Also ich habe gesagt, ich möchte den Kontakt abbrechen. Auch da habe ich wahrscheinlich so ein bisschen von meiner Mutter, ja, wenn ich mit Menschen nicht zurechtkomme, dann ist es für mich einfacher, den Kontakt abzubrechen und nicht mehr darauf einzugehen, weil das irgendwie, ich weiß gar nicht, ist es einfacher? Ich glaube schon, es ist leichter zu ertragen, einen Cut zu machen, statt immer die Schmerzen und die Mühe mitzuerleben. Ich glaube, da habe ich ein bisschen von meiner Mama, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber ja, da habe ich die Trennung vollzogen und die wurde auch nie wieder aktiviert bis zum Tod meines Vaters. Und da habe ich tatsächlich dann auch sehr bereut, ja, dass man da nicht hätte nochmal versucht, ja, zu helfen auch. Er ist an einem Tumor gestorben, wenn man das so sagen darf. Und das weiß ich nicht, das hat schon wehgetan, das kann man schon nicht anders sagen. Aber das Kopftuch, da soll es ja heute in diesem Video drum gehen und die Verschleierung war mit Sicherheit ein Problem für beide. Ja, aber sie haben es nie, es hat da wirklich nie so richtig dolle Streitereien und Auseinandersetzungen gegeben. Du nimmst das ab, wir wollen das nicht, das ist furchtbar, das ist schrecklich. Auf diese Art und Weise haben die beiden nie kommuniziert mit mir, sondern eher, so wie es ja auch sein soll, mit Ratschlägen, mit augenöffnenden Geschichten, mit ihrer Ansicht von der Lage, die sie hatten. Das war alles okay, hat bei mir natürlich nur null gefruchtet, ja. Wenn ich mir was in den Kopf setze, höre ich auch auf niemanden und ich höre dann auch nicht so gerne auf Ratschlägen. Ja, wenn ich sicher bin und total überzeugt bin von irgendetwas, dann höre ich auf niemanden, egal wie nah derjenige an mir steht. Das habt ihr bestimmt auch schon in den Kommentaren ja oft auch schon bemängelt, ne. Wolfsmar, warum hörst du denn die, auf das, was wir sagen, wir haben es doch, haben es doch schon oft dir gesagt, mach das so und so. Ja, da bin ich sehr resistent und beratungsresistent bei, das ist etwas, ja, weil ich habe leider in meinem Leben schon viele schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht und hat sicherlich auch mit der Kindheit zu tun und mit der mangelnden Bindung zu meinem Elternhaus, wahrscheinlich auch schon mit der Scheidung beginnt. Ich bin sehr davon überzeugt, dass Kinder sich Schaden nehmen, wenn Eltern sich scheiden lassen. Das ist so, ja, und da kann man manchmal auch nichts gegen machen. Manchmal ist tatsächlich eine Scheidung besser, das ist auf jeden Fall so, aber dass die Kinder da unbescheidet rauskommen, ist wirklich sehr, sehr selten. Und auch wenn die Eltern weiterhin einigermaßen eine gute Beziehung haben, obwohl ich mal das sehr bezweifeln möchte, ja. Na gut, dass das jemals möglich ist, möchte ich sagen, dass das sehr selten der Fall ist. Mein Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.